Woche 4, Tag 6 des Videotagebuchs des Projektes Ironman Frankfurt 2019. Ich bin heute mal wieder Fahrrad fahren. Ich bin eigentlich am Rhein unterwegs, auch wenn man das jetzt nicht so richtig sieht, weil der Radweg hier ein Stück weit weg vom Rhein geht. Der Rhein ist da hinten. Ein paar Bäume dazwischen. Heute hat es jetzt ungefähr 8 Grad. Ich habe mich doch noch mal dazu entschlossen draußen zu fahren, nicht auf der Rolle. Das wäre noch mal einigermaßen zu nutzen. Ich bin ein bisschen zu frisch angezogen. Ich habe jetzt hier zwar solche Überzieher hier für die Schuhe, aber die sind relativ dünn. Das waren noch irgendwie ganz günstige 2 Euro oder sowas. Die sind deutlich zu dünn. Ich habe eiskalte Füße. Und sonst bin ich am Oberkörper auch noch ein bisschen zu frisch. Ich habe jetzt nur ein Shirt drunter und dieses Trikot praktisch. Das ist auch ein bisschen zu kalt. Muss ich nicht so ein bisschen mehr machen. Ansonsten hatte ich eine Mütze auf. Deswegen drückt der Helm ein bisschen. Muss ich jetzt auf den Rückfall ein bisschen lockerer stellen ohne Handschuhe. Das ist ganz okay. Das passt. Ja, jetzt bin ich an der Hälfte ungefähr. Jetzt fahre ich gemütlich zurück. Und dann habe ich das heutige Trainingsprogramm auch schon geschafft. Ich bin es einfach schon geschafft.